Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4 mit Böhmen. Und ja, ich habe ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass wir unseren nationalen Geist, unsere nationale Agenda ein bisschen anpassen werden, denn in der letzten Folge haben wir einen Krieg gegen Burgund verloren. Wir sind relativ klimpflich davon gekommen, es hätte durchaus schlimmer sein können. Allerdings wurde eine Kaiserreform, eine Reichsreform zurückgenommen, was natürlich trotzdem nicht so schön ist. Und wir sehen auch hier bei den Kurfürsten ist alles nicht mehr so im Reinen. Ich habe die aktuelle Situation mal analysiert und werde nun kundtun, was unsere nationale Agenda angeht. Wir haben zwei große Kriege geführt, einmal gegen Venedig und einmal gegen Burgund. Beide sind mehr oder weniger nicht gerade erfolgreich gelaufen. Gegen Venedig konnten wir zwar gewinnen, allerdings hatte das quasi keinen Effekt, denn das, was wir eigentlich erreichen wollten, haben wir ganz knapp nicht erreicht, was sehr, sehr schade ist. Gleichzeitig wird hier Mailand wesentlich stärker, was natürlich als Nicht-Reichsmitglied problematisch ist, da sie ja in das Reich expandieren könnten. Kroatien ist wieder verschwunden, sie wurden von Bosnien gefressen. Aquilea ist noch da, allerdings ist hier eben, ja sie sind verbündet mit Korsika und Siena. Mal schauen, wie lange die da noch bestehen werden. Das heißt, dieser Krieg, das eigentlich das Reich in Italien zusammenhalten sollte, hat nicht funktioniert. Genauso auch die Etablierung von Kroatien hat ebenfalls nicht funktioniert. Es war also eine große Kraftanstrengung, die nicht erfolgreich war. Ingen Burgund haben wir es nicht geschafft zu gewinnen. Wir mussten eine Reichsreform rückgängig machen. Wenn man erweitert schaut, könnte man sich das noch schönreden mit Frankreich, weil die hier ein paar Provinzen erobert hatten. Und hier, ich glaube es war Brabant genau und, nein nicht Flandern, sondern Holland, die jetzt unabhängig sind. Und auch im Reich, hier, das sehen wir. Flandern gehört nicht mehr dazu. Aber das ist ja nicht unser Verdienst gewesen. Okay, das ist erstmal die eine Sache. Dann haben wir, während wir diese beiden Kriege geführt haben gegen Venedig und Burgund, ist relativ viel im Reich passiert. Einige Staaten haben sich vergrößert, sind expandiert. Wir haben zahlreiche Ansprüche, nein nicht hier Ansprüche, Kriegsgründe normalerweise. Ähm, genau. Da hier einige Länder am Expandieren sind, was nicht akzeptabel ist, was so ein bisschen das Gleichgewicht innerhalb des Heiligen Römischen Reiches so aus der Ordnung bringt. Ähm, das hat zur Folge, dass auch die Kurfürsten alle so ein bisschen jetzt unterschiedlich wählen. Vorher hatten wir ja große Unterstützung. Momentan, aktuell, würden wir immer noch gewählt werden. Allerdings könnte sich das schnell ändern. Ähm, weil hier schon zwei Stück gibt, die hier Sachsen wählen würden. Wir werden erstmal schauen, dass wir Beziehungen verbessern. Das ist, denke ich, klar. Aber dazu kommen wir dann auch gleich. Ähm, also die Situation ist, wir haben einen Krieg verloren gegen Burgund. Wir haben deswegen auch sehr, sehr viele Schulden. Ähm, die müssen wir alle abbauen. Ähm, wir haben einen Krieg gegen Venedig gewonnen, der uns aber eigentlich gar nichts gebracht hat. Ähm, da wurde mir auch, äh, übrigens in den Kommentaren darauf hingewiesen, da bedanke ich mich schon mal dafür, weil das stimmt. Wir hätten diese Provinz hier und diese Provinz und diese Provinz einfach annektieren sollen, ähm, Kernprovinzen draus machen, dem Reich hinzufügen und dann als, äh, als unabhängige Nation oder als Vasal wieder freilassen sollen. Dann wären die Nationen im Reich drin gewesen, was eigentlich ganz gut gewesen wäre. Ähm, zukünftig können wir so gerne operieren. Das sollte kein Problem sein. So kriegen wir Nationen, ähm, zusätzlich in das Heilige Römische Reich integriert. Okay. Ja, also keine sehr erfolgreiche Zeit von unserem guten Bolleslav, der mit 28 Jahren noch relativ jung ist. Ähm. Ähm, das zeigt, dass er erstmal noch ein bisschen was lernen muss, was, äh, ja, das Heilige Römische Reich angeht. Und unsere nationale Agenda wird wie folgt aussehen. Ähm, natürlich gibt es Revanche-Gedanken gerade gegen Burgund, weil sie doch, äh, das ist eine Sache, die doch schon tief ins Mark reingeht und, äh, ähm, unser Bewusstsein dahingegen schärft. Ähm, wir werden erstmal in eine defensive Grundhaltung gehen. Das heißt, wir werden erstmal keinen Krieg gegen Nationen führen, die jetzt hier außerhalb Gebiete besitzen. Das heißt, wir gehen in eine defensive Position und kümmern uns erstmal um die inneren Angelegenheiten des Heiligen Römischen Reiches. Denn da gibt es genug zu tun. Wir haben hier einige Kriege hier am Laufen. Wir können ja mal kurz reinschauen. Ähm, Schlesien hat hier Krieg. Österreich hat hier Krieg. Ähm. Ja, das sind die zwei großen Kriege, die da, äh, doch einige Mitgliedstaaten mit reinziehen. Und vorher gab es halt eben auch viele Kriege. Das heißt, wir werden versuchen erstmal die Sachen alle wieder zu ordnen innerhalb des Reiches. Zweiter Punkt ist, wir wollen uns erstmal wirtschaftlich, politisch und auch militärisch wieder erholen. Denn das hat sehr viel Rekrutenreserven gekostet. Es hat viel Geld gekostet. Wir haben sehr viele Schulden aufnehmen müssen. Stabilität ist auch nur plus eins. Das würde ich gerne wieder erhöhen. Und wie gesagt, auch politisch innerhalb des Reiches, also was, ähm, das Heilige Römische Reich angeht, hier die Reichsreform wieder durchbringen. Das wollen wir erstmal wieder auf einen akzeptablen Niveau bringen. Das heißt, wir werden erstmal eine defensive Grundhaltung einnehmen. Uns, äh, stabilisieren. Verordnungen innerhalb des Reiches sorgen. Und, äh, dementsprechend dann agieren. Ähm, und wenn wir dann militärisch doch irgendwie außerhalb, äh, des Heiligen Römischen Reiches aktiv werden, dann höchstwahrscheinlich gegen Ungarn. Wir haben ja da auch schon Ansprüche fingiert, dass wir da irgendwie, ja, das so ein bisschen kompensieren wollen. So, ja, ja, böses Bug und jetzt kriegt Ungarn einen drauf. So in diese Art und Weise. Okay. Also erstmal so die, äh, Sache, die wir da machen. Ähm, dazu gehört erstmal, dass wir das Bündnis mit Trier auflösen, da ich das als sehr, sehr schwaches Bündnis sehe. Triers Moment nur eine, ein Provinznation. Und, ähm, sie sind zwar hier Kurfürst, aber sie sind nicht gerade wirklich ein Stabilisator dafür, dass wir hier innerhalb des Reiches Frieden halten können. Wir werden als erstes hier mit Trier die Beziehungen verbessern, damit wir das so ein bisschen kompensieren, beziehungsweise erstmal Bündnis auflösen. Zack. Mal schauen, ob die uns dann immer noch wählen werden. Ähm, also mit Trier werden wir die Beziehungen verbessern. Wir werden, Brandenburg, wie sieht's hier aus? Ne, die mögen uns. Verbessert Beziehungen könnte man ein bisschen was machen. Mainz, genau. Ne, die haben ja Beziehungen verbessert. Mainz könnte rein theoretisch eine Nation sein, mit der man zusammenarbeitet. Die befinden sich momentan im Krieg, äh, mit Schlesien, was natürlich ein bisschen problematisch ist. Aber nur, weil die hier Nassau angegriffen haben. Ähm, ja, sie sind, äh, nein. Ihr Rivale ist Trier, also Trier hat sie rivalisiert. Die könnten aber durchaus, äh, stark sein. Also das könnte vielleicht eine Nation innerhalb des Reiches sein. Also wenn wir uns das hier angucken, ähm, Mainz wäre durchaus ein guter und starker Partner. Also da würde ich tatsächlich drüber überlegen, ob man hier nicht... Ah, da müssen wir noch kurz warten. Okay. Dass wir sie als Bündnispartner reinholen. Ähm, wir könnten schauen, wen haben wir denn noch als... Ja, Sachsen ist ein bisschen schwierig. Ja, da sind wir auch schon auf 100%. Trier wollen wir auf jeden Fall jemand hinsenden. Hier, Elsass. Ähm, die waren ja vorher unser Bündnispartner, aber haben wir aufgelöst, weil wir sonst in den Krieg mit, ähm, Österreich reingezogen worden wären. Und hier haben wir 82. Okay. Das ist erstmal so der Punkt. Ansonsten wäre Dänemark auch ein... Eine Möglichkeit, dass wir da ein Bündnis aufbauen, dass wir hier uns quasi außerhalb so ein bisschen... Ähm, absichern. Die haben aber Polen als Feind und Polen wollen wir als Unterstützer auf jeden Fall nicht verlieren. Na, Mainz ist ein bisschen problematisch. Der Kirchenstaat wäre rein theoretisch auch möglich. Natürlich aber auch hier vielleicht sowas wie Bravant, einer unserer neuen Mitglieder. Naja. Okay, wir lassen erstmal ein bisschen weiter laufen. Wie gesagt, wir wollen uns erstmal wirtschaftlich, politisch und militärisch erholen, bevor wir da irgendwie was machen. Ähm, Darlehen zahlen wir zurück. Wir gehen nach Trier und werden hier erstmal... Nee, kein Bündnis vorschlagen, sondern Beziehungen verbessern. Genau, zack. Ähm, abweichende Berater. Bislang ist er ein loyaler Diener gewesen. Aber jetzt scheint er zuvor... Äh, er zuvor laut geworden zu sein. Er wagt es, die Politik unserer großartigen Königs in Verruf zu bringen. Und kürzigt hat er dies sogar öffentlich vor ausländischen Botschaftern. Selbst wenn er recht hat, so sollten wir dies nicht zur Gewohnheit werden lassen. Ja, runter mit seinem Kopf. Wir können solche, ähm, Stabilitätsverluste nicht hinnehmen. Ja, sehr, sehr schade, dass der Diplomat jetzt hier... Aber das passt natürlich überhaupt jetzt gerade nicht. Ja, da haben wir natürlich jetzt keine so guten Kameraden, die wir da nehmen könnten. Wir wollen ja auch hier technologisch hier wieder so ein bisschen hinterherkommen. Deswegen hatten wir ja auch sehr viel Geld da investiert, dass wir hier die Renaissance bekommen, die wir auch fast vollständig haben. Und auch hier hinten in der Slowakei ist ein bisschen, was wir da machen müssen. Okay, dann Mainz. Die haben Frieden geschlossen. Das sehen wir gerade. Okay. Mit wem sind sie verbunden? Also, sie sind verfeindet mit Trier und Köln. Sind verbündet mit Kleve, Lothringen, Salz... Nein, Nürnberg und Ravensburg. Könnte durchaus ein guter Bündnispartner innerhalb des Reiches sein. Wir warten da aber noch ein bisschen. Wobei wir hier damit dann wahrscheinlich dann von ihnen unterstützt werden könnten. Wir werden Bündnis eingehen mit Mainz. Wir spielen das diplomatische Spiel. Okay. Das hätten wir gemacht. So, jetzt könnten wir mal schauen, wer mag uns, wer mag uns nicht. Bayern könnte ein potenzieller Rivale sein. Wir könnten hier oben mit Pommern eventuell mal... Die sind auch mit Polen, aber auch mit Ungarn verbündet. Natürlich ungünstig. Ja, Bosnien. Ist natürlich die Frage... Nee, das ist eher jetzt unsinnig. Wie sieht es eigentlich mit Frankreich aus? Da könnten wir noch ein bisschen was machen, damit da die Beziehungen erstmal stabil bleiben. Hier, Dithmarschen mag uns überhaupt nicht. Ja, weil wir sie dazu gezwungen haben, Gebiete zurückzugeben, auch wenn sie trotzdem hier noch ein bisschen was haben. Gut, wir müssen sowieso warten, bis der Diplomat wieder zurück ist. Lassen wir mal weiter laufen. Damit ist jetzt Mainz mit uns im Bündnis. Schlesien ist weiter mit uns verbündet. Das ist gut. Hätte ja auch sein können, dass die das auflösen. Das Schöne ist, Mainz ist ein Bündnis, wo wir keine Staatsehe eingehen müssten oder sonst was. Das ist also ein relativ lasches Bündnis, in Anführungszeichen. Momentan hätten wir wieder eine stabile Mehrheit von vier Nationen. Oh, Elsa, es geht hier ganz schön auf. Okay, wie steht es denn hier? Oh, es sieht gar nicht mal so gut aus für Österreich. Hm. Ja, da verbessern wir ja die Beziehung wieder gut. Okay, man hätte sich vielleicht doch überlegen können. Okay. Interessant. Ähm, wie gesagt, wir werden auch versuchen, hier so ein bisschen die Provinzen zu entwickeln. Da müssen wir nur schauen, dass wir das so einsetzen. Wir könnten ein bisschen Militärtechnologie, ähm, beziehungsweise hier Militärpunkte einsetzen. Da ist natürlich die Frage, wo machen wir das am besten? Wir könnten die Slowakei ein bisschen entwickeln. So, was haben wir hier? Wir könnten gegen Brandenburg. Was hat Brandenburg? Bitte annektiert. Oh, hier hinten. Ja, werden wir. Lüneburg anhalt. Ja, wir werden Lüneburg zurückfordern. Auch wenn sie unser Bündnispartner sind. Ja, Lüneburg ist wieder unabhängig. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Wir können administrative Technologien nach vorne bringen. Das machen wir. Wir könnten eine zweite Ideengruppe jetzt auswählen. Das werden wir aber jetzt noch nicht machen. Wir müssen eigentlich hier nochmal zurückfordern. Das werden wir auch. Und dann werden wir direkt die Beziehungen verbessern. Weil das stärkt hier auch wieder den Zuwachs normalerweise, wenn wir Länder befreien. Genau. Ja, die sind jetzt noch weiter von uns zurückgegangen. Aber das ist jetzt eher uninteressant. Das ist wichtig, dass wir... Warum sind hier lüneburgische Nationalisten? Ich hoffe, die bewegen sich... Nee, die bewegen sich da nicht weg. Okay, dann müssen wir hier hingehen und die wegmachen. Okay. So, dann fordern wir das mal zurück. Die werden das ablehnen. Genau. Sehr, sehr schade. So, die Nationalisten hätten wir jetzt auch besiegt. Auch gut. Also Elsass macht das ja richtig stark. Das ist schon heftig. Hat Brandenburg hier gerade Krieg erklärt? Ja, gegen Magdeburg. Okay. Naja, die sind unsere Bündnispartner. Aber wir müssen trotzdem da das fordern. Wie gesagt, immerhin wir sind der Kaiser. Da führt kein Weg dran vorbei. Na gut, hier Elsass kriegt jetzt hier ein bisschen... Ah, die haben jetzt hier gerade Frieden gemacht. Aber nur mit... Mit Ungarn. Okay, die kriegen Kriegsreparationen und haben ein bisschen Geld bekommen. Interessant. Oh, Ungarn hat die Wallachai als Rivalen ausgewählt. Da könnte man schauen, dass wir hier auch die Beziehungen bald verbessern. Das wäre durchaus interessant für die Zukunft. Das ist natürlich jetzt... Da müssen wir das hier auch wieder stilllegen. Um da ein bisschen Geld zu sparen. Darlehen zurückzahlen. Nach und nach zahlen wir die Sachen zurück. Und dann entwickeln wir da ein bisschen... Also da wollten wir ja schauen. Wir könnten gucken, dass wir die Slowakei ein bisschen entwickeln. Ja, wir könnten auch die Hauptstadt ein bisschen entwickeln. Da machen wir mal zwei Punkte. So, Trier sind wir fertig. Unser General ist gestorben. Wir pausieren mal kurz. Ähm... Ja, Erzgebirge. Beziehungsweise Pilsen. Ja, hier könnten wir ein bisschen was machen. Auch zwei. Da haben wir hier 15. Hier machen wir auch nochmal zwei. Da haben wir 10 Entwicklungen. Hier eins. Und hier können wir nochmal drei dazu machen. Okay. Gut. Da haben wir auch mal so ein bisschen unser Land entwickelt. Was haben wir hier? Wir haben eine Mission abgeschlossen. Ähm... Welche? Ah, hier. Erweitert das Reich. Sehr schön. Dafür haben wir jetzt Grundsteuer in Prag bekommen. Sehr schön. Wachsende Hauptstadt. Hier müssen wir noch mehr Staaten erobern. Okay. Venedig möchte gerne durchlaufen. Wir sind im Krieg mit dem Osmanischen Reich. Okay. Das erlauben wir. Dann hier, dass sie da durchlaufen dürfen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo die genau durch wollen. Wir müssen wahrscheinlich nicht wollen sie durch Österreich. Weil wenn man, ähm... Durchgangsrechte beim Kaiser hat, kann man glaube ich überall durchlaufen im Reich. Könnte ich mir zumindestens vorstellen. Okay. Österreich macht hier weiter Stress. So. Wir wollten mal schauen, dass wir hier mit der Wallachai die Beziehungen verbessern. Stimmt. Wir haben ja noch die Stände. Da haben wir ja auch noch gar nicht reingeschaut. Da können wir nämlich auch noch verschiedene Sachen machen. Die eventuell, ja, von Interesse sein könnten. Wenn wir uns auch mal noch anschauen. So. Das haben wir hinbekommen. Das heißt, die gehen jetzt erstmal wieder zurück nach Prag. So. Hier die Darlehen werden erstmal verlängert. So. Das hier werden wir wieder schleifen. Was sind das? Galicisch wohl. Okay. Das sind Nationalisten. Also einfach Rebellen. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus für Elsass, ja. War keine so kluge Idee hier gegen Ungarn da so vorzugehen. Hängt natürlich jetzt davon ab, was Österreich jetzt hier genau macht mit Elsass. Das werden wir natürlich nicht gut heißen. Ermordung Adeliger. In dieser Zeiten waren Adelsfamilien ein Bollwerk der Macht. Die Ermordung von Anführern mächtiger Häuser wurde als schwerer Schlag gegen das Schicksal der betroffenen Familien angesehen. Mit dem Emporkommen religiöser Zwistigkeiten nahmen auch die Anschläge auf Führer von Adelsfamilien einer anderen Religion zu. Wir versuchen natürlich Kontrolle über die Situation zu übernehmen. Wie gesagt, diese Probleme in der Innenpolitik, was die Stabilität auch alles so ein bisschen mit beeinflusst, wollen wir nicht haben. Okay, also wir schauen jetzt kurz nochmal hier rein. Ja, hier sieht es erstmal stabil aus. Okay, die Wallachai könnte vielleicht zukünftig ein potenzieller Verbündeter sein oder auch als Bollwerk hier gegen das Osmanische Reich nützen, als Bündnispartner. So, Österreich hat Frieden mit der Schweiz gemacht. Sie haben sich diese Provinz hier geholt. Okay. Ja, Elsass wird dann wahrscheinlich jetzt auch hier gleich dran sein. Ja. So, mit Elsass sind wir auch fertig, was sie Beziehungsverbesserung angeht. So, erstmal hier werden wir ganz klassisch hier das zurückfordern. Stimmt, wir könnten auch noch jemandem Reichsgnade gewähren. Ja. Ja, wir müssten eigentlich schauen, dass wir hier ein paar Mitgliedstaaten wieder freilassen. Das heißt, wir müssen relativ bald wieder aktiv werden. Die Rekrutenreserve sieht schon ganz ordentlich aus. Und dass wir da mal die Ansprüche durchbringen. Wir sehen auch hier, Brandenburg hat hier schon wieder Lüneburg angegriffen. Ah, die haben das hier über den Umweg gemacht, über Magdeburg. Interessant. Ja, okay. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's von eurem Kruppers. Bambuso.